Hi Leute, schön dass ihr wieder dabei seid und seid grüßlich geherzt hier im neunten Teil meines FIFA 21 Let's Plays. Also Teil 9 haben wir heute und ich muss jetzt loslegen und zwar spiele ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube ich bin Nembash. Also, mal schauen, ich weiß jetzt echt nicht wer ich bin. Äh ja, jetzt nehme ich einfach mal und ja, ich spiele, aber wer bin ich? Ich glaube, ich bin Ingolstadt, ne? Jetzt muss ich gegen FC Nembash spielen. Klobeck. Jetzt schauen wir mal. Aber ich glaube, ich bin Ingolstadt, ne? Okay, gut. So, jetzt machen wir mal schöne Grätsche. Schöne, saubere Grätsche. Ach, egal. Mach mir weiter. Völlig klar, dass sich dieses Spiel vor allem um ihn dreht. Denn zuletzt gelangen ihm vier Tore. Klappt es bei ihm auch heute wieder so gut? Dann werden wir sehen. Ja, na klar. Was soll ich machen? Heute Abend melden wir uns aus einem verschneidenden Stadion, liebe Zuschauer. Und damit herzlich willkommen zu dieser heutigen Partie. Es schneit ja heute. Und auch heute wieder Wolfus und Frank Buschmann. Und wir zeigen Ihnen heute eine Partie aus dem Achtelfinale MDP-Pokal. Wo ist denn der Streudienst? Gegen 1. FC Nürnberg. Wir sind also im Achtelfinale angekommen in diesem Wettbewerb. Jetzt wird natürlich auch die Nervenbelastung immer größer. Unter den besten 16 sind sie schon, aber... Ja, ist ja logisch. Coole Sache. Okay, jetzt bin ich echt gespannt. Ja, auf solche Spiele freut man sich als Kommentator natürlich immer ganz besonders. Das wird mit Sicherheit ein echter Leckerbissen, wenn sich diese beiden offensiv Giganten begegnen. Haha, aber wirklich wahr. So. Da kommt der Antip, das Spiel beginnt. Jawohl. Und los geht's. Also, Leute, Weidmanns Heil, ne? Viel vorwärts drang jetzt. Weiß da. Und jetzt die Chance. Ja! Der Mann ist bereits früh gebrochen. Wir haben den ersten Treffer dieser Partie. Ist das krass, in der ersten paar Sekunden. Coole Sache, echt. Hahaha. Ja, dann schauen wir mal, ob wir die Nürnberger auch abziehen können, ne? Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhält. Ja, ja, meine Oberbayern im Alli schon, so dass sie's gehört. Okay. Auf geht's. Sie sind jetzt also in Führung. Gucken wir. Jetzt hauen wir schön den Ball rein. Haha. Ja. Das hast du gut gemacht. Lauf weiter. Super. Man, das war jetzt ein Giraffel. Wahnsinn. Ist das krass. Aber hat sich vollständig gelohnt. 2-0, Leute. Super. Krass, oder? Extrem hoch. Sie gehen drauf. Zeigen wieder mal ihr ganzes Können. Krass, echt. Ja, Ingolstadt hat's schon drauf, ne? Oder wie die Einheimischen sagen, Ingolstadt, ne? Ingolstadt. 2-0 steht's hier. Sie machen einen guten Eindruck. Die Ingolstadt, da. Na, Kim? Na, cool. Sehr gute Entscheidungen. Was ist los, da? Nein, das ist schwach. Zuspiel kommt, ne? Klasse Vorstoß. Dann müssen Sie aufpassen. Schön. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Ball ist unterwegs. Och, nee. Das war jetzt traurig. Den hält er sicher. Oh, auf geht's. Darf hin. Mach was. Sampalala, was ist denn los da? So, Buschi. Was sagst du zu dem Wetter? Bist du gut genug angezogen? Optimale Bedingungen sehen anders aus. Ja, aber der Schnee... Ganz stark gemacht. Das gibt eine gute Gelegenheit. Da ist der Ball drin. Super. Schön. Super. Da haben wir jetzt einen weiteren Gegentreffer für Sie. Und jetzt können Sie wohl nur noch ein Ziel haben, Buschi. Das heißt Schadensbegrenzung. Irgendwie müssen Sie den Fuß wieder reinbekommen in dieses Spiel, damit es nicht noch übler ausgeht. Super. Gute Aktion. Nein. Super. Viel passen. Auf geht's. Mach weiter. Lauf. Kim. Super. Jetzt gibt es Ihnen vielleicht die Chance. Elzer. Hopp. Yay. Ohne Worte. Ja, super. Das hast du es gut gemacht, Buschi. Auf geht's. Spielt's weiter. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, ich muss ein bisschen mit meinen Leuten so reden, dass sie mich auch verstehen. Und den Abschluss auch noch effizient. Deswegen sprüche ich so ein bisschen bayerisch-kongonesisch. Klar, das 4-0 ist schon deutlich. Auf geht's. Jetzt tut's was. Für Eier, Geld. Der hat energischer Vorstoß. Nein. Mann, Mann, Mann. Gut. Klasse, Pass. Das war von Tor Nummer 3. Der ist richtig gut drauf. Dies hoppt er super gemacht, Buschis. Ganz gut. Den hoppt er sauber reinpfeffert. Gut, Jungs. Auf geht's. Jetzt tut's was für Eier, Geld. Sapralola. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Da ist die Chance. Fällt das Tor noch mal raus? Oh, 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 oh. Super Volley, aber kein Tor. Ach, nicht, aber obendrauf auf dem Tor. Eigentlich alles fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. Oh, Jungs, was tut's denn da? Sapralola. Aber wirklich was. Das ist doch nix. Das ist mir jetzt ja besser, Maha. Ab geht's. Du jetzt was. Ja, gut. Schilafah. Kinds. Klasse Chance jetzt. Und er pfeift abseits. Oh. Ich mag das nicht mit dem abseits. Das machen wir so fertig, Leute. Gut. Mach weiter. Ja, auf geht's. Gut. Es kommt was werden. Auf geht's. Nein. Das war jetzt ein Weltmeisterlich, was du gemacht hast. Sapralola. Das hast du gut gemacht, du kleiner. Du kleiner Hacklschusch. Schön. Geh. Noch Freude. Der tut schon was für sein Geld, was er kriegt. Absolut dominant, wie sie hier auftreten. Die logische Folge. Das 6 zu 0. Na, gut. Jetzt, schilafah. Heilot. Was hat dein Ball auf? Lapp, der Loder. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Oh. Das ist abseits. Da hat das Timing nicht gestimmt. Ja, leider. Hört man bloß auf mit eurem Abseits. Das macht mich immer so kirre. Echte. Gut. So, jetzt auch, Jungs. Auf geht's. Gut, schilafah. Das macht's ja gut. Auf geht's. Gut. Gefährliche Szene. Das war nixen. Jetzt tu dir mal ein bisschen schön sauberner konzentrieren. Mensch. Da wäre Platz auf außen. Das kann doch nicht sein. Was du da machst, Mensch? Kein guter Zweikampf. Mühe los geht er da vorbei. Da hat er die Chance. Und er trifft. Sauber. Gut habt ihr's gemacht. Sicher verwandelt aus kurzer Distanz. Den macht er ganz sicher. Greile. Die Ingels stodert er die Mauer. Die ist schon. Eindeutiges Resultat bis hierhin. Ja. Gut. Weiter. Unauffahrsam. Nein. Was hast du denn jetzt tun? Mensch. Ach man. Weiter mit dem Vorteil. Mal sehen, ob sie den nutzen können. Gut. Beister. Kutschke. Das könnte gefährlich werden. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Szene geht weiter. Ja. Sauber hast du das gemacht. Das ist ein Pralloder-Bursche. Das hast du sauber gemacht. Und wenn man da abschließen kann, dann macht er das Ding. Ist ja keine Frage. Treffer aus kurzer Distanz. Kein Schnäuzig. Sie liegen deutlich vorn. Bis hierhin ist es eine klare Nummer. Itza. Du jetzt musst. Weißt er. Rani. Er ist frei. Da kann was draus werden. Oh. Das war eine gute Aktion. Kein Tor in der Szene. Die Fans fassen es nicht. Und ich glaube, er selber kann es auch nicht fassen. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Das war jetzt ein Gerangel schon wieder. So. Halbzeit. Ist Mahlzeit. Oh. Leute. Ich sag's euch. Meine Nerven, die packen das nicht mehr. Das ist mir so ein bisschen zu viel. Das Spiel ist trotzdem mehr als Ansprechend. Ja klar. Muss ja. Anstrengend, anstrengend, Leute. Aber wir machen weiter. Keine Müdigkeit mehr schützen. Und los geht's. Der Ball rollt. Die zweite Hälfte läuft. Okay. Auf geht's. Das könnte was werden. Gute Chance. Geklärt hier, aber keine schlechte Gelegenheit. Oh. Jungs, was tut's ja da? Robin Hack. Sie müssen aufpassen, jetzt ist der Spielaufbau. Die passen, auf geht's. Nur mit passen, auf geht's. Na, nicht so. Das hat angefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. Na, gar nicht. Aber jetzt. Sie wollen den Ball, Sie haben den Ball. Jetzt lacht. Das kommt sich wieder. Jetzt könnte er flanken. Gute Flanke. Oh. Super Parade. Mann. Anstrengend, Leute. Sag ich das euch. Das klug nach keiner. Sie sehen sich jetzt diesem frühen Pressing gegenüber. Schön. Der Angriff könnte was werden. Nee. Das war eindeutig abseits. Richtig entschieden. Oh. Ihr und euer Abseits. Das ist furchtbar. Auf außen ist Platz. Die Eingabe jetzt ins Zentrum. Da können Sie klären. Der Ball ist raus aus der Gefahr. Das war jetzt. Echt wie aus dem Bilderbuch. Und jetzt, schön reinfällt von hier. Ja. Das war schon sein drittes Tor im heutigen Spiel. Sehr schön. 9-0. So mag ich das. Oh. Meine Jutta. Ich sag das euch. Und das ist Tor Nummer 3. Eine wirklich überragende Leistung heute von ihm. Hei. Dominante Vorstellung heute. Sie lassen wenig zu. Und sind selbst eiskalt vor dem Tor. Na klar. Nur so. Tut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Nein. Mach mal an. Was macht's denn du? Gurschis. Jetzt hat's mir da keinen Schmerz. Nicht machen. Auch dieser Ball kommt an. Das macht er gut heute. Ah. Das kann du nicht sein. Super Pass. Steige spielt. Ja. Da fehlte einiges. Zum Torerfolg. Ja. Da müsst ihr ein bisschen besser aufpassen, Jungs. Ob ihr das gehört? Wieso geht das nieder? Geht's? Ja. Gurschis. So. Und jetzt sind hier noch 13 Minuten zu absolvieren. Das können was werden jetzt. Was macht er draus? Und da haben wir das Tor. Hahaha. Schön. Hahaha. So mag ich das. Echt? Wenn der so schön reinflutscht dir. So muss das sein. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja. In der Tat. Viel zu schnell. Und im Abschluss auch noch effizient. Das ist eindeutig heute. Zumindest bisher. Mal sehen, ob sie hier noch zurückschlagen können. Da kann sich natürlich nicht mehr viel ändern, Leute. Weil. Oh. Jetzt ist der Platz da. Der ist drin. Das war jetzt echt einfach. Und ich führe mit 11 zu 0. Wo soll der wieder hingehen? Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. Na. Jetzt wird's gefährlich. Gut gemacht. Der Ball ist erstmal raus. Ja. Erstmal, ne? Aber freut euch niemals zu früh und niemals zu spät. Das sage ich euch. Oh. 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 Das war jetzt echt traumhaft. Das war jetzt echt traumhaft. Und dann fehlt das Tor. Das wird heute wohl nix mehr versehen. Das Spiel ist fast vorbei. Da ist er vorbei. Da muss er energischer hingehen. Jetzt vielleicht. Das ist der Treffer. Und der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Ja. Energischer Vorstoß. Er sucht die entscheidende Lücke. Na. Das wird nix werden. Er steht hier im Abseits. Da. Ihr und euer Abseits. Echt. Partie ist unterbrochen. Es gibt Einwurf. Boah, Jungens. Das war jetzt knapp, Mensch. Das wäre jetzt auch so schön gewesen, ne? Kutschke. Und jetzt die Chance. Oh, Mann. Er geht daneben und da haben doch ein paar Meter gefehlt. Na ja, 13-0, ich glaube, ich darf mich echt nicht beschweren. Oh, Mann. Jetzt tun die mir so leid. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Na. Die Gelegenheit. Oh, Ballgewin hätte gefährlich werden können. Voller Einsatz. Schuss geblockt. Oh. Und er schießt. Ja, der nächste tolle Pass. So, Nachspielzeit angezeigt. Gebt nochmal zwei Minuten drauf. Super Pass, ja. Den muss er hier machen. Was war das denn für ein Tor? Nehmt den Seilfallzieher, macht er es akrobatisch, wie er da in der Luft liegt. Da zeigt er seine ganze Technik. Bravo, Leute. Schaut mal, das war doch echt heiß, oder? Das stimmt er natürlich gerne an. Das muss er sich nicht zweimal bitten. Ne, alles offen. Also so leicht hat man es nicht oft. Ein schönes Tor, aber auch ein einfaches Tor. Ja, klar. Aber trotzdem, wir nehmen alles, auch wenn es gratis ist. So, Leute. Weiter geht's. Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch am Spielstand aus. Klar. Muss ja. Das Spiel ist zu Ende. Jungen hat den Klassgeber und das ist der Einstieg in die nächste Runde. Die können sich hier durchsetzen. Super, Jungs. Das stimmt zuversichtlich für die nächsten Runden. Ah, das war jetzt echt so toll. Boah, das war jetzt echt krass, Leute. 14 zu 0 habe ich gewonnen gegen Nimbash. Echt, das ist ja der Wahnsinn. Oh, meiner, 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 meiner. Schön war das. Ja, Leute. Wenn euch das Video auch so toll gefallen hat, dann würde ich euch ganz lieb bitten, mich zu abonnieren und Glöckchen drücken. Bitte nicht vergessen. Dann wäre ich immer schön mit Nachrichten, zumal ich wieder was weiß, weil ich heute hochgeladen habe, ja? Ich hoffe, es geht weiter in meiner Meisterschaft und ihr begleitet mich natürlich. Da wäre ich euch super dankbar. Jetzt schauen wir mal, wie es momentan aussieht. 14 zu 0 gegen Nimbash. Spannend. Krass. Okay, Leute. Dann sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Ich wünsche euch alles Gute. Passt auf euch auf, bleibt anständig und vor allem sauber. Das heißt auch, bitte, bitte die Achselhöhlen waschen. Ja, gut, danke. Also dann, bis bald. Tschö, papa. Tschö, sowas, Maxwellia. Ciao, tja. Bis bald. Bis bald. Ciao, tja. Vielen Dank.